Die erste lautet, es wird nicht geredet. Bedeutet das? Zweite Regel, in meinem Kurs wird nicht gegessen. Möchte jemand von euch vielleicht ein bisschen was Süßes? Äh, ich hätte gern so eins. Nimm deine Lieblingssorte. Wie schmeckst ihr denn? Es ist ein wahres Feuerwehr, köstlicher Aroming. In meinem Klassenzimmer wird nicht gegessen.